Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs reagieren. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Reagiert. Reagierte. Hat reagiert. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich reagiere. Du reagierst. Er reagiert. Wir reagieren. Er reagiert. Sie reagieren. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich reagierte. Du reagiertest. Er reagierte. Wir reagierten. Ihr reagiertet. Sie reagierten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe reagiert. Du hast reagiert. Er hat reagiert. Er hat reagiert. Wir haben reagiert. Ihr habt reagiert. Sie haben reagiert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich reagiere. Du reagierst. Er reagiere. Wir reagieren. Ja reagiert. Sie reagieren. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich reagierte. Du reagiertest. Er reagierte. Wir reagierten. Ihr reagiertet. Sie reagierten. Den Schluss macht der Imperativ. Reagiere du. Reagieren wir. Reagiert ihr. Reagieren sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb reagieren. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Die Goldung. Untertitelung des ZDF, 2020